Es gibt diesen Zage-Ei. Wunderschönen guten Tag! Herzliches Beileid, dass ihr zuschaut und dass Neo die Antwort machen wirst. Können wir Neo nicht überspringen bei den Anworts? Ich wollte es eigentlich serious machen, dann hat mich Zage auf eine Idee gebracht. Jetzt hiebst nicht auf Zage, dass du es sagst. Dann wählt hier einer keine Map an der Manu. Ja, bei Manu hörst du ganz genau, dass diese Map immer zum Schluss aufgehoben wird. Ja, jetzt mal nicht. Oh ja, das ist was Vernünftiges. Das ist doch mal was Vernünftiges. Die ganzen Kühe, die bringen mich ganz schön aus dem Konzept hier. Die händlichen Euten und so. Aber klar, was denken ihr denn? Wenn es hier schon keine Babys gibt. Neo, was hättest du eigentlich für ein Babykühe? Doch, da sind doch Babys rechts so. Babykühe sind verdammt geil. Neo! Das traue ich mich noch nicht mal, den Folgentitel zu schreiben. Weil ich nachher irgendwo gestrikt werde für sowas. Hä, das sind doch nur Babykühe. Ja, ja, nur weil du an Eutern spielst in dem lieben langen Tag. Mann! Hier, ne, oder was hast du jetzt davon? Für deine Anmod? Ja, genau! Ey, wer fährt denn da mal in mich rein, Mann? Du bist doch vorne. Reg dich mal nicht so auf hier. Genau, rastet voll aus in Führungliegen. Das regt mich schon dezent auf. Immer in mich rein, ey. Und, der ist nein? Wenn euch nach Maggi riechen und euch das anziehen, müsst ihr mir nicht hier rein. Verdammt! Oh, ich fahr meine eigene rein. Hast verdient. Mann! Wieso krieg ich auf drei? Kackgrüne, ey! Falls du nix kannst vielleicht? Außer Anmods? Ja, das kann ich definitiv besser. Oh, du hast verhört. Erneu ist doch gerade vor mir. Oh, Alter. Du Euter. Ja, meine Pflanze hat am Euter gekaut. Willst du mich jetzt trollen, oder was? Okay, ich schieße jetzt nicht mehr nach vorne. Freue ich nicht. Shots fired, würde ich sagen. Ey, was habe ich denn für einen Vorsprung, ey? Und? Fährt noch einer rein? Are you serious? Ja, Neo, ne? Es gibt diese Tage. Da bist du in der letzten Runde erst noch zwei da. Ich fahr so konsequent gut. Dann treffen mich zwei Sachen und dann bin ich am Ende. So wie immer. Neo, du weißt ganz genau, du darfst dich nicht unterkingen lassen. Deswegen will ich jetzt auch eine vernünftige Map hier. Du musst immer weiterkämpfen, Neo. Ich habe die falsche Map gewählt. Och, Neo, was willst du denn da für einen Scheiß? Oh, na. Bitte nicht meins. Oh, danke. Boah, ich hatte kurz Nervenflattern, ey. Ich habe die, glaube ich, mal vor ein paar Wochen im Stream ganz immer jedes Mal gewählt, diese Strecke, damit ich sie irgendwann mal kann. So, ich habe übrigens so einen Kommentar bekommen. Da stand drin, wir sollen nicht immer die gleichen Maps nehmen. Ach so, ja, sag das doch mal. Weil auf Dauer wird das wohl ziemlich eintönig, wenn man sich jede Folge... Ach, ach, sag an. Ich fände nicht diese Possibility. Sag euch ja nicht die ganze Zeit an. Du nimmst doch immer diese scheiß Drachenmauer da. Ist halt echt so. Jetzt schieb das nicht auf meine Drachenmauer hier. Wenn du die Drachenmauer nimmst, dann kann ich auch genauso gut meine scheiß Maps nehmen. Ja, natürlich. Aua. Und ich soll nicht immer letzter werden, habe ich auch irgendwo in einem Kommentar gelesen. Ja, so, das würde ich auch ganz schön feststellen. Natürlich! Komm, verfolgt mich noch länger, verfolgt mich noch länger. Lass mich von dir ausschieben. Nein, 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 nein. Hör, wo ist die Rote hin? Ach, nee, ne? Da ist der Spinner schon wieder an mir vorbei hier. Ja, das kann ja auch nicht lange angehen, dass du erster bist. Wo ist denn der Fidget-Spinner? Hör, nicht auf drei. Nein! Nein! Spinn, Neo, bist du gerade runtergefallen, oder? Fast. Ich habe mich gerade noch gerettet. Manu ist an mir vorbei runtergetrifftet. Ja, Neo, das war es wohl mit deinem ersten Platz erst mal. Dit, dit, dit. Mehr kann und will ich dazu jetzt auch eigentlich gar nicht so sagen. Also, an uns hat es nicht gelegen, oder hast du ihn mit irgendwas abgeschossen, Jus? Yo, klau mir meine Münze, ist das dein Ernst? Nein, ich habe dich auf jeden Fall nicht mit irgendwas abgeschossen. Du hast auf jeden Fall dir das selber eingebrockt. Nein, ich habe mich verbremst. Das passiert halt. Wegslaut in meinem Bruder. Wahrscheinlich noch der Bruder. Ich weiß nicht, es passiert, wenn man sich verbremst. Dann ist das halt so, ne? Dann ist das halt einfach so. Mehr kann man und will man dazu dann auch einfach gar nicht sagen. Ja, wieder kurz, sonst kriege ich wieder drei Bruder, ey. I'm serious? Das ist dann wieder ganz toll, Mario. Jetzt hat Manu mich noch wieder geholt, weil hier irgendwie alles scheiße war. Guck mal, das ist doch wieder schön spannend da. Also, damit kann das Zage leben. Ja, damit kann ich echt leben, wenn das so weitergeht. Jetzt kann man meine Map. Jetzt kann ich meine nächste Map auswählen. Komm. So, wir sollen nicht immer das gleiche spielen. So, dann nehmen wir jetzt mal irgendwas, was wir schon lange nicht mehr hatten. Boah, das hatten wir lange nicht mehr. Boah, guck mal, die hatten wir lange nicht mehr. Oh, Käse lang hatten wir auch nicht lange nicht mehr. Das stimmt. Ja, ich war jetzt leider bei der letzten Session nicht mehr, als er jetzt hier gespielt hat. Hatten wir lange nicht mehr. Die hatten wir sogar gar nicht mehr. Die hat Farmo doch immer wieder mal gewählt, oder? Die hatten wir ganz besonders lange nicht mehr. Die kommt jede zweite Folge vor. So viel dazu. Komm, wir wählen mal Maps, die wir noch nicht hatten. Dann müssen wir uns jetzt über was anderes unterhalten. Hattet ihr schon mal eine Nachricht per WhatsApp oder was auch immer bekommen? Während einer Aufnahme? Ihr habt drauf geguckt, weil ihr gerade irgendwie eine Sekunde Zeit hattet oder sowas. Und die hat euch so aus dem Konzept gebracht, dass ihr nichts mehr vernünftig machen konntet, irgendwas. Bei mir sind das keine Nachrichten. Bei mir, ich muss nur aufs Spiel gucken und dann ist das so. Alter, das ist doch jetzt nicht dein Herz. Als ob dich das erst nachher getroffen hat. So, oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Hat Manu geschrieben oder was? Nein. Aber ich bin letzter gewesen. Habe ich jetzt gerade ernsthaft meine Rote nach hinten geschossen? Oh mein Gott. Er ist doch schlau. Warum fragst du, Josh? Hattest du diese Erfahrung gerade gemacht, oder was? Nee, das... Ja, vielleicht. Wer weiß. 36? Mann, ich will doch nicht schon wieder letzter werden hier. Ey, Josh, da bist du voll auf dem Fersen. Weil Mango, der lernt irgendwie schneller als ich, habe ich das Gefühl. Das, was du in 50 Folgen gelernt hast, lernt er in zwei. Ja, ich hatte gerade auch nur eine Kugel, Willi. Also gehst. Nein, warum falle ich denn jetzt runter? Wuhu! Der war direkt neben mir gerade, als Geist. Hallo. Nee, das war der Manu. Als ob! Als ob! Ist das eigentlich euer Ernst? Ich gehe das erste Mal auf dieser Map in Führung. Also ich habe mich mit, mit wem auch immer, der die abgefeuert hat, habe ich mich abgesprochen vorher. Hotzfeiert. Oh, was hast du denn nach hinten geworfen? Äh, ja, komm, Pilz! Nein, ich habe nichts, womit ich dich abschließen kann. Mann! Ah! Vor allem Blitz, Josh! Nicht! Schon wieder! Schau mal Blitz! Ey, letztes Mal lief alles so halbwegs und heute läuft wieder gar nichts. Es ist wieder so klar. Wuhu! Es lief, es lief letztes Mal schon zu gut. Mann, warum kriegst du die Runde erst so später? Ich hatte das nur so zum Abwehren. Oh Gott. Komm, 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 komm! Oh, wow. Als ob jetzt... Oh, das wird so spannend! Verdammt, ich bin ja immer noch letzter. Ey, Josh. Kannst du jetzt bitte zwei da werden und nicht erst, weil dann sind wir beide erst und damit kann ich leben. Ach, scheiße, ich wollte eine neue Map wählen. Oh, ich wollte nicht zurück... Nein. Hä? Die hatten wir auch schon lange nicht. Aber wir hatten sie relativ lange nicht mehr, das stimmt schon. Aber ich wollte mal wieder so was so... Mango, fehlt einfach, was du willst. Du hast dir keine Ahnung, was denn da ist. Oh, nee. Du hast dich zweimal auf die gleiche Strecke verklickt, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, ich hätte aus Versehen in diesem... Das Kleid wird mir angezogen. Das Tütü? Ne, das habe ich mir nicht selber angezogen. Das muss im Schlaf passiert sein. Ach, scheiße, Mann. Ich habe nur fünf Punkte. Ne, du hast nur einen Punkt vor dir. Ne, du bist schon zu fünft, wo mehr Punkte verteilt werden und du schaffst es dann gegen deine eigene Rekorde weiterzufahren. Hä? Den Rekord habe ich schon überboten. Boah, ich habe so einen Hass mit dieser Strecke, weil auf der N64 war das immer so, dass du auf dieser Strecke gefühlt immer diesen Cup wiederholen musstest, weil du auf dieser Strecke gesuckt hast. Du hattest gerade den Lack des Todes. Das kann passieren, du. Ist aber nicht gut, finde ich. Ah, ich muss nur vor dir sein. Dann ist alles gut. Ne, finde ich eigentlich nicht gut. Ich finde, wir können uns auf den letzten Platz mal teilen. Das wäre aber eine Frage, was gerade richtig ist. Finde ich doch gut. Ne, finde ich nicht gut. Warum lachst du das? Weil du so voll innen reingestochen bist? Was? Natürlich. Natürlich. Ich habe ja keine Banane hinten dran oder sowas. Habe ich dich mit meiner Töne noch getroffen? Nein. Was? Warum fährst du denn so schnell weiter? Du bist voll in meine Banane reingefahren. Nein, bin ich nicht. Manu, warum bist du denn schneller als ich? Deswegen habe ich mich auch gar nicht gefragt, warum du lachst. Ja, weil du bei mir natürlich überschlagen hast. Ja, ich habe halt einen Freeze. Boah, ich glaube, die Kühne trifft mich jetzt. Ja, dachte ich eigentlich auch. Ich habe einen 360 so gemacht. Jetzt hat er mich schon wieder. Ja, weil ich gerade drei Pilze hatte. Und jetzt ist ich schon wieder hier rein. Reingesackt, ey. Jetzt wird mir das auch noch geklaut hier. Ja, ich bitte lass mich zweit. Nein! Are you serious, man? Er trifft dich halt echt, Alter. Ich bin der Snipe-König. Du bist ein Noob. Kannst nix. Ja, jetzt hat er wieder da. So einen dicken Pilz, Alter. Als ob ich die dritte... Och. Was? Natürlich reicht das! Das ist doch scheiße! Oh, Neo, nice. Bin ich als Letzter? Ich bin als Letzter, oder? Ja. Well played, Glückwunschzage. Wir beide, also damit kann ich leben. Äh, Neo? Ich war noch nie Fünfter! Ja, dafür klatsche ich jetzt mal dafür. Dafür, dass du noch nie Fünfter warst. Jetzt habe ich jede Position, glaube ich, schon mal gehabt. Außer vielleicht den zweiten, aber sonst. Okay, ähm, ich danke einfach den Namen von Neo für so schon. Ja, weil du ja nichts machst, ja, ne? Also... Ich sag tschüss. Ja, danke, tschau. Tschau. Sag ich dann eigentlich tschüss, 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 tschüss. Willst du jetzt so oft tschüss sagen, wie du eine Platzierung erreicht hast? Oder warum sagst du das so häufig? Yashi, einfach rausmachen, ist egal. Ist okay, okay. So lange kommt eh keiner. Okay, tschüss.